Hallo, mein Name ist Carsten Recknagel, akademischer Mitarbeiter an der Fachhochschule Potsdam. Hallo, ich bin Jennifer und sitze hier in Tel Aviv. Hallo, mein Name ist Adrian Braun. Ich lebe in Finnisch-Lappland am Polarkreis, bin Forscher und Entrepreneur hier. Hallo, ich bin Mario von Zagreb, Croatia. Hallo, ich bin Jorge von Auto-Benedition. Ich bin Miriam Theobald. Ich sitze hier gerade in meinem virtuellen Berlin. Ich bin Stadtforscherin mit einem Fokus auf China. Hier spricht Ralf Höger von der ANE Energy. Hallo, ich bin Lars Engelhardt, Erfinder und Gründer der Schleifbote. Wir bauen volle elektrische Kleinfärten für euch. Der elektrische Anstieg ist leise und die Schleifbote sind nachhaltig dank Brennstoffzelle und mit dem Wasserstoff. Unser Konzept integriert sich in euren Alten. Das heißt, ihr bucht eine Fahrt mittels App. Und wenn ihr im Anleger angekommen seid, wartet dort bereits das Boot auf euch. Hallo, ich bin Stefanie Engelhardt, Ingenieurin und Gründerin der Schleifbote. Wir entwickeln die Schleifbote als Katamarane und sind damit flachwassertauglich und sicher. Sie werden ungefähr 12 Meter lang. Die Schleifbote sind barrierefrei durch eine Rampe, die hoch und runter klappt. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können damit einfach an Bord gehen. Wir planen, dein E-Buy auch während der Fahrt nachzuladen, damit du entspannt ans Ziel kommst. Wir gestalten intermodale, vernetzte Mobilität der Zukunft an der Schleifbote. Hallo Schleifbote, hallo Schleswig-Holstein. Hallo Schleifbote, hallo Schleswig-Holstein. Hallo Schleifbote, hallo Schleswig-Holstein. Hallo Schleifbote, hallo Schleswig-Holstein. Oder andersrum. Hallo Schleswig-Holstein, hallo Schleifbote. Hallo Schleswig-Holstein, hallo Schleifbote. Hallo liebe Schleswig-Holstein, Hallo Schleibote. Schleibote, Hallo Schleiß. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Hallo Schleibergen, Hallo Schleibote, Schleibote. We are not good Germans. Wir wünschen viel Glück den Schleiboten und Lars. Weiter so Schleibote. weiter so Schleibote